Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wett.Game. Ich spiele heute mal wieder in Mech Arena und ich würde sagen wir legen sofort los mit Wettbewerb. Also viel Spaß. Oh, es scheint gerade ganz schön laggy zu sein. Wie? Laggy, laggy, laggy. Boah, das ist hier mal richtig schlimm heute wieder. Ich bin zwar nachgeladen. Nachgeladen. Ach, schade. Okay, schnell nachladen. Da kommt einer wieder angebäßt. Okay, schnell nachladen, da kommt einer wieder angebäßt. Nein! Da war ein kleiner Leck, aber deswegen bin ich nicht gestorben, das war... Weil ich einfach reingerast bin. Egal. Brache. Somit denke ich hier eine Ecke rein. Ach, das ist hier aber... Kleine Lecks sind gut. Sind viele kleine Lecks. Wee. 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 Schon wieder der. King Neagle. Nein! Ich kann nicht zielen. Ich hätte ihn gerade noch gekriegt. Eine Sekunde länger. Dann haben wir er down. Gut. Ähm. Ich hatte ein bisschen Spieler. Freut mich. Dankeschön. Oh. Gleich die Quest mit den zwei Goldmitteilen fertig gemacht hier. Subi. 529 Punkte. Das ist nice. Dann sage ich mal bis gleich. Zweite Runde. Okay. Jetzt müsste die nächste Runde anfangen. Da ist er auch schon. Äh. Ich fange mal mit der Artillerie an. Oh. Stimmt. Ich habe den ja geändert. Ich habe den noch gar nicht zurück geändert. Ach Mensch. Ui. Hat der nach hinten geschossen? Gar nicht mitgekriegt. Na gut. Na gut. Na gut. Ich gehe halt. Schnell hier rein springen. Okay. 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 Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Bleib doch nicht da oben stehen. Bleib doch nicht da oben stehen. Ja. Ach. Der ist hochgegangen. Ach. Mist. noch ein kill. Dann wäre ich erster gewesen. Ah. Ist das überhaupt drin? Eine KI? Ich glaube schon. Schau ich gleich mal nach. Gut. 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 Das war nächste Runde. Bis gleich. Okay. Okay. Nee. Nächste Runde geht los. Und die letzte Runde für heute. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob das jetzt ein Mech, äh Botfall oder nicht. Schieß doch. Boah. Ich bin lieber mitgerannt. Schlegi. Oh nee. Nicht mein Kill. Das war mein Kill. Wenigstens ein Kill. So. Warte geht's. Zack, zack. Lass mich nicht so lange warten hier. Oh nee. Das war mein Kill. Jim Iacob. Genau ein Stück weg. Das war mein Stärker. Ich habe die Longarm drauf. Waaah. Das war mein Kill. Der Lungen ist nicht so lange. Der Lungen ist nicht so lange. Ich bin nicht so lange wundern. schon wieder ein kill geklaut schon wieder ein kill geklaut ach ne mensch also jetzt in der runde klappt ja hier gar nichts ja das ist mal wieder kill geklaut ich hab was gekriegt schon wieder ein kill geklaut ach ne menno wie viel kids wurden in dieser runde geklaut ok jawohl nein krieg den noch verloren wie viel kids von mir geklaut das kann doch nicht wahr sein guck mal den meisten schaden habe ich gemacht das gibt es doch nicht da gleich viel kids ich hab mir vielleicht noch fünf sekunden länger hätte ich noch ein kill mehr gehabt gehabt die anderen auch ein kill gehabt hätte weiß ich nicht ist ein bisschen ärgerlich die runde war ärgerlich für mich wirklich ärgerlich die klauen mir hier die ganzen kills naja was sei es dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video dabei seid bis dann habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen ciao 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 ciao